In einem SUV wie diesem Nissan kommen Sie auf jedem Gelände sehr gut zurecht. Der Antrieb wird von einem Dieselmotor geleistet und einem manuellen Sechsganggetriebe. Sie verfügen in diesem Nissan über eine Geschwindigkeitsregelanlage, einen Touchscreen und eine Klimaautomatik. Zur kompletten Ausrüstung gehören auch Dekorleisten, ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017